Das ist so lustig, ich bin hier in einem Haus von einem Fremden, oh ja, oh, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und trägst dann eben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Centex-Army, das würde mich sehr, sehr glücklich machen und Freunde, wir sind gerade in einem Haus von irgendeinem fremden Typ, der hat die Tür aufgelassen und dann sind wir ganz, ganz schnell hineingeflitzt und jetzt sind wir hier drin und wir schauen uns das Ganze mal an und oh, schönes Haus, was er da hat, aber wir müssen unbemerkt bleiben, Freunde, er darf uns auf keinen Fall hier drinnen erwischen und da ist der Freund und oh, oh, er ist in seinem Pool draußen und er weiß nicht, dass hier ein Fremder ist und nein, äh, ups, ich kann alles erklären, wir wurden entdeckt, ey, oh Mann, oh Mann, ganz, ganz schnell verstecken, Freunde, und hier wird er uns niemals finden und oh, ups, das war doch kein so gutes Verstecken, naja, wir gehen jetzt aber erstmal aus seinem Haus raus, wir betreten gleich nochmal weitere Häuser von irgendwelchen anderen fremden Leuten, ihr seht es, hier sind noch ganz, ganz viele unterschiedliche Häuser und in die werden wir uns gleich reinschleichen, aber davor, Freunde, wir spielen heute den Haus-Tycoon hier in Roblox, das bedeutet, wir bauen uns heute zusammen ein eigenes Haus, ihr seht es, wir sammeln erstmal ein bisschen Geld ein, 1500 Euro haben wir am Start und jetzt können wir direkt mit unserem eigenen Haus beginnen und guckt mal, Freunde, jetzt haben wir hier erstmal so das ganze Gerüst am Start, sehr, sehr gut und hey, der will, glaube ich, Rache nehmen und in mein Haus einbrechen, nee, 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 Herr Nachbar, warte mal, ich kann auch Emotes machen und hey, Herr Nachbar, na, was geht ab und guck mal, da drüben, da breche ich gleich ein, genau da, super lustig, okay, aber wir kaufen uns jetzt erstmal hier alles mögliche, über alle Platten drüber rennen, kaufen, 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 wir kaufen uns alles mögliche, was es hier gibt und yeah, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus, was es hier gibt, aber hier gibt es so viele andere Sachen, zum Beispiel hier gibt es das Badezimmer, hier können wir uns auch eine Garage kaufen, sehr, sehr krass, aber wir holen uns erstmal hier ein bisschen Geld ab, perfekt und ja, jetzt habe ich hier den Eigerklamm startet und oh ja, eine Garage und wie viele Sachen gibt es denn, äh, hier zu kaufen und hey, was machst du hier, nein, jene Drache, er bricht unser Haus ein, geh raus aus meinem Haus hier, so, wir kaufen uns hier alles mögliche, was es gibt und damit es ein bisschen schneller geht, kaufen wir uns jetzt eine Millionen Euro, wow, wir sind jetzt ein Millionär, sehr, sehr gut, okidoki, mal schauen, was wir uns, hey, mit einer Million Euro kaufen, hey, guck mal, hier ist ein Regenbogen in meinem Haus, warte mal, das ist nur über unser Haus, wir sind der Auserwählte, wow, aber für was der Auserwählte, naja, wir kaufen uns jetzt erstmal hier alles mögliche, eine Million Euro, haben wir auf dem Konto drauf und ja, mal gucken, was wir uns mit so viel Geld kaufen können, das wird jetzt eine richtig krasse XXL-Villon, warte mal, Freunde, was haben wir denn hier, wir haben hier, äh, Pizza, yum, 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 dann haben wir hier, äh, Burger, lecker Schmecker und wir haben, was, ein Schild und, äh, was ist das denn für ein Schild, wieso habe ich sowas in meiner Garage, naja, ok, wir kaufen uns direkt weiter, Luftballonis haben wir, hey, am Start und können damit eine fette Party machen, auch gar nicht mal so schlecht und peck, oh ja, Freunde, ultra krasse Waffen am Start und damit werden wir gleich in das Haus von den fremden Leuten einbrechen, so, weiter geht's, was haben wir überhaupt hier bekommen, warte mal, was ist das hier und, hey, das ist jetzt unser Bibi und, äh, warte mal, der sieht ja, äh, lustig aus, irgendwie, äh, sieht ein bisschen komisch aus, hey, deine Haare stehen ein bisschen ab, ei, 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 was ist denn mit dem los, so ganz, ganz schnell, dann haben wir noch die Küche, erstmal drauf eine fette Party feiern und, äh, der setzt sich neben mich hin, jetzt habe ich hier so ein kleines Baby, aber ich will das Baby nicht haben und, warte mal, deswegen, äh, können wir hier mit dem Flammenwerfer anziehen, naja, egal, wir lassen es sitzen und, oh, ne, Babykatze und hier sind wir schon beim Gartenladen gekommen, wo wir uns hier verschiedene coole Sachen kaufen können, oh ja, Zäune sind auch am Start und, was, unsere eigenen Pool für 15.000 Euro und jetzt können wir, äh, ein bisschen planschen, äh, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, erstmal eine leckere Pizza im Pool gönnen und hier können wir uns für eine Million Euro eine goldene Statue kaufen, nee, ey, das ist viel zu teuer und der Regenbogen ist immer noch um mein Haus herum, so, das Schlafzimmer haben wir auch gekauft, das Badezimmer auch, ohne große Probleme, das ist doch schon mal sehr, sehr gemütlich und eine kleine Abstellkammer haben wir auch, okay, Freunde, was fehlt uns noch? Natürlich, yeah, noch ein Schlafzimmer, hey, schlaf doch alleine, so, und hier gibt's noch das Badezimmer, können wir hier, ouchi, man, das ist ja total rutschig hier, hier sollte jemand mal sauber machen, so, äh, können wir, nein, ich will nicht die Pizza essen, ich glaube, duschen, was? Duschen geht wirklich, ja, guck mal, wir können hier wirklich duschen, Freunde, wie cool ist das denn, oh, erstmal aber, äh, Moment mal, hier rausgehen und auf die Toilette gehen, ah, das tut sehr, sehr gut und natürlich, Freunde, was darf nicht fehlen? Die Hände waschen, hä, so, okay, perfekt, was fehlt uns jetzt noch hier in unserem Haus? Wir können uns doch ein Wohnzimmer kaufen mit so einem schönen Fernsehen am Start, perfekt und, hey, wir haben hier ein Eindrückblick, raus hier, warte mal, Freunde, das kann ich mir doch nicht erlauben, raus mit dir, Mädchen, das ist ein Überfall, hä, und bang, hä, hä, ja, 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 da haut die schon ab, und, oh, tschüss, hä, so, wir kaufen uns, oh, ein Mädchenschlafzimmer, cool, ey, und, Freunde, schreib mal jetzt mal gerne unten in die Kommentare, würdest du gerne mal in meinem Haus wohnen? Wenn ja, dann schreib mal deinen Roblox-Samen unten in die Kommentare und dann lade ich vielleicht dich in meine Villa ein und wenn du auch mal in mein Haus wohnen willst, zusammen mit mir, dann lass den Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr, sehr freuen. Okay, was können wir uns hier noch kaufen? Und, äh, du schon wieder, ja, 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 ich brech ja schon nicht ein, so, wir kaufen uns erstmal hier ein bisschen Landschaft, perfekt, auch sehr, sehr teuer alles hier, aber, Freunde, wir wollen ja auch ein richtig krasses Haus haben, so, hier haben wir schon alles gekauft, und, hier haben wir, ja, eine Gaming-Ecke, ich kenne mal ein bisschen Minecraft-Spiel oder Roblox, und, hey, guck mal, wir haben sogar eine Kohle am Start, perfekt, ich glaube, sind wir jetzt hier fertig mit unserem Haus, wir gehen mal kurz nach draußen, und für eine Million Euro, das ist das allerletzte, können wir uns noch eine goldene Statue kaufen, und dann sind wir hier fertig mit unserem Hausbau, und dann, Freunde, gibt es Einbrüche in fremde Häuser, oh, ja, das wird sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt eine Million Euro, und BIM, damit haben wir die goldene Statue gekauft, schaut sie euch an, oh, ja, wie krass sieht die denn aus, und wir sind jetzt wirklich mit unserer Villa fertig, mega cool, der Regenbogen ist auch noch am Start, und jetzt, Freunde, wisst ihr, was es heißt, jetzt kommen wir zu den Hauseinbrüchen, auf die ihr alle gewartet habt. Hm, in welches Haus sollen wir einbrechen, ich glaube, ich habe schon ein Haus, wir versuchen irgendwie, hier einzubrechen, aber, wir machen das Ganze durch die Hintertüre, so, ganz, ganz schnell, wir brechen hier ein, und, ja, und, oh, oh, nein, wir wurden nicht mal nach einer Sekunde entdeckt, okay, das war jetzt ein totaler Fail, aber, hey, guck mal, die hat hier was bisschen anderes am Start als wir, auch gar nicht mal so schlecht, ach, man, wir wurden sofort entdeckt, Freunde, totaler Fail, okay, wir probieren es einfach, bei Haus Nummer 2 aus, gar kein Problem, auch dem Profi-Einbrecher passieren auch ab und zu mal Fehler, so, wir holen ein paar Luftballons für die Tarnung, yeah, 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 dann holen wir hier noch für die Tarnung ein kleines Baby am Start, komm mit, und jetzt brechen wir in dieses Haus ein, okay, ganz, ganz vorsichtig, Freunde, ist hier der Bewohner im Haus drin, wir schauen mal ganz, oh, vorsichtig, ach, da ist der, seht ihr ihn, oh, oh, das ist ein kleiner Nu, mal schauen, wie lange wir es schaffen, hier unbemerkt im Haus zu bleiben, können wir hier auch durch die Ecke gucken, und, er steht da rum, Freunde, und, äh, warte mal, der hat immer noch seine Haare ab, naja, und guck mal, Freunde, warte mal, wir gucken mal ganz kurz hier so nach draußen, und, hey, du da, oh, oh, schnell, hat er uns gesehen, und, nein, 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 schnell, Mr. Baby, komm mit, aber irgendwie gibt es ein Problem, kann es sein, dass der, was, der schläft, der schläft im Stehen, ey, ach, was ist das denn, Freunde, nur verrückte Leute hier in den Häuser am Start, erst mal, wo wir direkt noch eine Sekunde entdecken, und der nächste ist am Schlaf, okay, wir probieren uns beim nächsten Haus aus, okay, wem gehört das Haus, wir schleichen uns mal, oh, ganz vorsichtig rein, bis jetzt sieht alles gut aus, keiner scheint hier drin zu sein, perfekt, Freunde, und hier ist auch keiner drin, und, kann es sein, dass wir komplett alleine sind in diesem Haus, und kein anderer hier drin ist, ich glaube nämlich schon, und der Besitzer ist gar nicht da, dann können wir uns hier, erst mal, warte mal, ein bisschen gemütlich machen, oh, da ist die, Freunde, da ist wirklich ein Mädchen, oh, nein, oh, nein, die darf uns jetzt, oh, bloß nicht entdecken, hat die uns gesehen, ich glaube nicht, seht ihr es, Freunde, die ist dort hinten, ey, irgendwo am Start, wir schleichen uns mal, vorsichtig, ah, nein, 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 schnell um die Ecke, und, wow, war das knapp, wir müssen hier genau hier irgendwo stehen, und müssen beobachten, von wo sie kommt, oder wir bleiben hier stehen, genau, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Taktik, okay, und wenn sie mich sieht, dann werfe ich Luftballons, und sage, das war, oh, oh, nur ein Scherz, Freunde, da ist sie, da ist sie, da ist sie, und sie, die ist an uns vorbei gerade, Freunde, sie hat uns wirklich hier nicht gesehen, dass wir hier in ihr Haus eingebrochen sind, das ist zu, zu lustig, warte mal, wo ist sie jetzt hingegangen, ist sie hier irgendwo, wir können uns hier alles in Ruhe ganz, ganz gemütlich anschauen, ey, weil, oh, die ist da, die war da, die war da, ich glaube, die sollte jetzt hier irgendwo um die Ecke sein, oder, Freunde, und, oh, die ist im Garten, und, hey, guck mal, die hat so eine Gartentür gekauft, auch sehr, sehr gut, und guck mal, wir können jetzt die ganze Zeit beobachten, und wir schauen hier mal ein bisschen, und guck mal, hier kommt Feuer, und, oh, nein, oh, nein, oh, nein, sie hat uns echt nicht gesehen, und, hey, was passiert mit uns, was, Freunde, was ist hier los, wo sind unsere Kleider hin, ah, schnell hier raus, nein, ist mir das peinlich, äh, guck nicht hin, guck nicht hin, guck nicht hin, schnell, 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 wir müssen hier sofort weg, was ist passiert, Freunde, oh, nein, das ist super, super peinlich gewesen, meine Kleider sind einfach komplett weg, aber ich denke mal, das sollte erstmal reichen, das hat super viel Spaß gemacht, wie wir uns hier eine eigene Villa gebaut haben, und danach sogar in fremde Häuser eingebrochen sind, yeah, yeah, und jetzt, äh, sind meine Kleider weg, na, toll, haha, und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, wenn ja, liken, abonnieren, und die Glocke aktivieren, und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr, und dann bist du auch ein Teil der Sandex-Army, und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video, bis dahin, tschüssi!